Hey und willkommen zur vorletzten Folge des IGE Geburtstags-Countdowns, beziehungsweise zur zweiten Folge von GarticFoal. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Ich wollte mal ein Eisbrecher unterschreiben. Ich finde nur einen Satz, stelle Fragen und habe mir den Zeichnungen unter anderem. Ja, ich weiß nicht. Es ist halt, einer schreit was und alle zeichnen was zu dem einen jeweils. Ja, ich weiß, es ist so. Ja, egal. Mach was ihr wollt. Ist das demokratisch abgestimmt? Das ist eine Frage, aber keiner. Mir ist gleich. Ich habe so vorgeflagten. Ich verstehe, lass uns das machen. Okay. Ige, kannst du mir eigentlich mal nachher mal zeigen, wie du das machst mit deinem Hintergrund, mit deinem Streams, die ich gerade nicht, dass es so brutitisch zutascht. Ich habe noch eine Lösung. Okay. Du drückst einfach bei Bildern auf Filter und danach einfach auf Bewegung. Danach kannst du das selber einstellen. Achso. Ich bin nämlich einfach nur zu doof hier. Schwierig, schwierig. Warum ist mein Vorschlag, dass ein koreanischer Flugbegleiter lacht? Ich drücke die Katze mir aus. Also ich muss sagen, mein Vorschlag bringt mich auf eine Idee. Das ist jetzt ein Insider, den keiner kennt, aber das Wort an sich ist schon verständlich genug. Ich würde jetzt gemeinsam noch was ich da mal hinterschreiben, aber ich glaube, ich lasse es. Ich meine es nicht. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch von dir. Das ist so ein Teufel. Erotisch. Jetzt zeig ich mich jetzt das Gerät. Der Gerät. Der Gerät. Oh gut. Der kann man. Ich habe nur das Profilbild für dich, wenn wir hier fertig sind. Oh, warte, er muss... Ah, ich glaube, er wird unten rumlackt. Was? 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 Wahnsinn. Machen wir doch so. Alter. Was ist das hier dazu? Äh... Sie warst nicht, als ich erzähle eine Geschichte. Ich fang eine Geschichte an. Alter. Das ist der andere Stolz, Alter. Slow. Also, Pong, du machst einfach nur Filter bei... ...probierst, also du musst ganz die Quelle. Ich bin nicht, ich habe es sehr gut getroffen. Ich auch. Meins auch, ey. Es ist keiner erkennt, was es ist, aber es ist schwierig. Also, ich hoffe, ihr lacht dann auch, wenn ihr das seht. Ich möchte danach, äh, diese Animationsteiße spielen, weil ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich finde diese Geschichte erzählen immer sehr cool. Was ist... Was habe ich aus diesem Begriff? Ich habe so einen simplen Begriff und muss wieder so eskalieren. Ich habe ein bisschen, ich habe ja da ein bisschen, glaube ich, ein bisschen rumgespürt mit dem, weil ich dachte, das ist einfach nur zu leben. Das ist ja irgendein Lebewesen, was ich wiedererkennen soll, dann vergesst es. Ah, eine ganz normale Situation bei Fastfood-Kette XY. Ich habe keine Ahnung, was das nochmal für eine Krankheit war. Ich weiß, dass er hat. Oh, Junge, ich sehe es gerade. Noah. Ich sage doch nichts. Ich sage gar nichts. Aber wie war, wie hieß nochmal die Krankheit? Oder was macht nochmal die Krankheit, Johnny? Schwellung. Am gewissen Körperteil. Schwanz. Oh. Nicht an den gewissen Körperteil, wenn du jetzt deinen Penis bearbeitest. Ich schwöre bei Gott. Das ist ja ein langen Schwanz. Noah, Noah, ist das ziemlich akkurat zu dir? Oh, wow. Ja. Ja, das ist... Alter, sie haben Hunter wieder akkert. Das ist das Thumb, ey. Ja, das wird das. Kommt auch auf Thumb, ey. Spiel Noah eigentlich mit, oder guckt der nur zu? Ne, er guckt bei Eagle. Ich auch nur zu. Ich habe es gar nicht geschafft. Ja, ich habe es gar nicht geschafft. Ich habe es gar nicht geschafft. Warum sieht das aus wie eine fucking... Warum sieht das aus wie von fucking Klausi? Ich habe fast Mühe gegeben. Oder Noah? Sieht das aus wie von Klausi? Oder? Nee. Nee. Nee, okay. Alter, ich weiß, was ich anschauen muss. Ich möchte echt wissen, ob das wirklich von vornherein so eingegeben wurde, oder ob das jetzt wirklich jemand so absolut hart missverstanden hat, dass man darin dieses tote Vieh erkannt hat. Ich will wissen, wie das interpretiert wird. Das wird nicht als das interpretiert, was es reinkommt, aber ich finde meine Zeichnung schön. Ich habe vergessen, was ich eingegeben habe. Sie ist wunderschön. Alter, diese Drecksstatt. Scheiße, das ist das, Johnny. Ich hatte da einen Namen gehackt. Ich weiß, ich kann von dem nicht mehr. Tauch ein, ein unglaubliches Laptop-Ereignis. Das ist eine Werbung, die ich links da angezeigt bekomme. Ach man, jetzt muss ich hier wieder Leute googeln. Ey, jetzt muss ich hier wieder... Was, eine Behörde? Super-Sario-Advent. Was? Was? Oh mein Gott, warte mal, da muss ich die Flagge, glaube ich, googeln. Ich will auch gerade eine Flagge holen. Ja, bin ich auch gerade dabei. Was ist so... Was ist... Mann, was ist passiert? Okay, okay, okay. Ich glaube, ich habe sie noch im Kopf, die Flagge. Wenn ich sie jetzt falsch habe, dann kann mich Johnny hauen. Warum ich? Alter, wehe. Alter. Ich habe sie noch schon. Alter. Hab ich sie, habe ich sie richtig so im Kopf? Äh, Noah, guck mal kurz. Oh Gott. Oh, das ist wirklich... Ja, komm, komm, nachher. Das ist alles nachher. Was? Aber warum ist der pink? War ein reiziger. Mach ich den jetzt mit Rasterlocken oder was? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber warum? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber warum? Ich habe mich da noch mal kurz was. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. schon. Noa hast du es mir geschrieben? Äh ja, ist noch dabei. Habstanden. Äh. Ja, keine Ahnung, so, zack, 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 warum sieht das, oh warte mal, das sieht sehr falsch aus, du warst, was ist das, was ist das, was ist das, ich hab's gefühlt, ich hab's gefühlt, ich hab's gefühlt, dass das jetzt ziemlich eskaliert ist, was ich so ein fickiger gerade getan habe. Also, ich muss was erkennen, was ist das, ich hab keine Ahnung von Flaggenmensch, was ist das, was steht da, ich sag einfach mal, das ist so witzig, also, okay, nur, und wieso? Äh, schreibt mir, schreibt mir das mal, ja. Ah, was ist gerade passiert, ich bin so, ich bin so gespannt, was ja gleich passiert ist. Seid ihr bereit für die absolute Verrücktheit? Oh ja, bitte. Jetzt ist mir die Störung auch an. Alter, wer hat, wer hat billig Alkohol zum Porto gemacht? Ich werd mit einem Al geschrieben, ich sag mal so, das ist halt, ich hab einfach ganz schön getippt. Also, unter billigem Alkohol denk ich immer an Tetra Pak Penner Glück. Oh, Alter, nein. Das sieht nicht schlecht aus. Da fällt mir gerade übrigens ein. Erotisch. Alter, wie sie erotisch ausgesprochen hat. Ich glaube, das werden wir in drei Runden erfahren. Ja, war das. Es hat wirklich so angefangen, das ist nicht euer Ernst. Oh mein Gott. Ja, hat es. War das. McDonald's grillt eine trochte Katze. Ich weiß genau, was das wird. Ich finde, meine Katze wird also der Big Taste die Beckenheil. Was finde, also, dieser McTaste, Also, dieser Big Taste, die schmeckt heute nach einer Katze. Die hat aber doch gelebt. Oh Gott. Das ist nicht korrekt. Objektiv falsch. Thaddeus hat Angst vor seiner Mutter. Was zu was wird das zum Teufel? Was zur Hölle? Alter, was zum Teufel, warum ist er grau? Grauer Mann in Pink ist böse zu grauen Mann mit Bart. Alter. Ah, das wird Jesus. Lichtensteiner Jesus und Pinkischockier. Lichtensteiner. Warum Lichtensteiner? Warum Lichtensteiner? Wie sieht ein Monster aus im Lichtsteinterklarke? Lukt�ik unfechtbar. Oh, mein Бог. Schockierer. Oh, nee. Das war Moggi. Oh, nee. Oh. Oh, wunderbar. Oh, nee. Ihn entwickelt einen schlechten Pokémon dich. man wie sie erotisch jedes mal ausspricht geht auf den strich der kommt auf das kann so was von betten alles auf den aus der radio aus kanada so entscheidet diese kann skandinavische zu entstand der skandinavische behörde laut vikipedia ist sario ein sario eines lobby ist eine slowak eine slowakische economy behörde mann wie kommt da jetzt weißen fels zustande schreck und esel auf dem weg nach weisen fels perfekt esel reisen nach weißen fels dass da trotzdem noch ein esel erkannt höchst du aus wie ein ameisenberg wie so wurde weißen fels zu kanada das ist ein absolutes upgrade sage ich euch das kann er da weil sie schreckt so ein bisschen aus wie dieses marge meme wo sie so einfach so richtig fettelradig steht jaaa noah aufm weinfest ah wunderbar wow je alters thrombose noah hat von vielen waifu unten und traubensaft thrombose wow kanadier trinkt den guten stoff was machst du mit kanada kanada trinkt keinen alkohol es ist dieses kanada wie bist du zu kanada nicht ja ich verstehe es immer noch nicht aufsehen jetzt gehen mit kanada kanada leute let's go mit kassela mit kassela wie ich zu kanada wurde das ist mein lebenslauf so nennst du bitte deine biografie so nennst du deine verdammte biografie schicke das kannst du das kannst du das design aber noah hast du mit das musst du mir doch schreiben jaaa ich werd noch dabei ach nee alter war das gerade ey wow oh ich brauch jetzt meine pause ah 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 es ist geil so hast du hier geschrieben ich hab ein paar gespeichert ich hab ein paar gespeichert ein paar die ich wirklich schön fand die trombose wie kam man da drauf ich hab aus versehen ein zu dickes bein gemalt und dann dachte ich mir weißt du was das ist ne trombose ich mach dir meine beschreibung davon also Marcel Marcel möchtest du mich spielen zeichnen zeichnen wahrscheinlich hast du jetzt grad eh nichts zu tun ha na na halt Antonia hat geschrieben ja aber du kannst auf dem Handy spielen kannst du tatsächlich das ist wirklich scheiße ja aber ich meine du bist immer noch besser als äh Luca du bist immer noch besser als äh Luca okay sorry ich bin Joe mit sehr schlechten Wiedernfach ah okay dann ja aber wir sind jetzt zum Mario Kart rüber gesprungen dann auf äh Gartek Phone und äh wir haben es jetzt grad sehr mit Kana gemacht ich nicht äh da wollt ihr noch mal normal oder wie kann normal ja komm wir lassen es bei normal lass ich mal lassen lass ich mal lassen das ganz kurz was gucken aber ich würde mal gerne wissen wenn du das grad auf dem Tipp abgeht jo bitte Mann hör auf mich zu zwingen dieses Video schneiden zu müssen was soll das denn welches Video auf so schnack so ja 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 Ja, aber auch zwischen dir Rücken würde ich auch schneiden. Außer beschneiden ist jetzt nicht der schwierigste der Welt. Ja, aber ich wills nicht. Ich bin faul as fuck. Sag das zu dem, pass auf, du sprichst gerade über den Mann, der Mediengestalter ist. Was jucken mich Mediengestalter? Seid ihr ready? Ja, die ganze Zeit schon. Ich bin bereit. Ey, ich bin bereit. Ganz genau, ganz genau. Ich bin bereit, ganz genau. Das ist nicht watchfab, der ist nicht veleckig. Seht mal, da ist ein Himmel. Lassen wir die, lassen wir, lassen wir diesen Leuten mit dieser Kombination, dann wird er einfach mal ihren Spaß ausleben, findet ihr nicht auch? Übrigens, da, warte. Lass einfach rum. Was? Was? Das, was du eingegeben hast, Junge. Lassen wir ihnen einfach diese Magie, die sie jetzt mitbegriffen haben. Unser Taschentuchgeist und so weiter und die Leute, die hier im Stream sind, ich hab auch meinen Discord-Konferenz, wenn ihr mal Lust habt. Also, bei dem Prompt, da kann ich schon einfach nicht genau den Prompt machen. Ach, Mann, Alter. Jetzt ist es ausgenutscht. Ja, das ist, jetzt geht's langsam auf die Nerven. Was, Kanada? Natürlich, Kanada. Von Anfang an ging man schon auf die Nerven. Ja, nee, aber ich find's lustig. Das war, das war, am Anfang war es lustig, weil wir sind noch eine lustige Sache. Ja, wir haben keinen Discord-Konferenz, da muss man in die Panels gehen. Lass mich, ich war grad die Panels am suchen. Nein, ich schluck auch nicht meinen. Ich hab, ich hab mich heute, ich hab mich heute tatsächlich mit Stream-Elements befasst. Nur so. Ich wollte es nur gesagt haben. Okay, warte, es ist nicht genauer beschrieben, wie dieser Tod ablaufen soll. Was stimmt jetzt schon wieder bei dir? Durch Ab, Boss. Richtiger Schlitten, die richtige Richtung. Warte, wir machen hier so ein richtiges LSD-Gesicht noch bei dir. Ich kann einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles gar nicht mehr aus. Ich halte das alles gar nicht mehr aus. Ich halte das alles nicht mehr aus. Das sieht jetzt dumm aus. Ich sehe mich hier wieder letzte Vollidiot. Ich will nicht mehr. Bist du ja auch. Und jetzt was? Ja, wir wissen, was die da noch was anstellen. Das ist ja so. Alter, was ist das hier? Ich sehe nur mies, depressiv. Mie. Ich bin Mie. Mies, depressiv. Ach man, Marcel, jetzt hängst du auch noch an. Marcel, denk! Junge! 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 Geht's nicht nur fünfmal? Ja. Oh, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Eins, zwei, drei. Sechsmal! Wisst ihr was? Ich protestiere. Siebenmal? Achtmal? Neunmal? Hallo! Ist es nicht auf fünf gelockt? Ähm. Aber ich habe zu flitter, habe ich nicht mehr. Was? Ach komm schon, guck ich. Ähm. Alter! Was macht ihr? Was? Ich guck dir einmal den Chat mit. Ja. Ah fuck. Alter, man. Warum müsst ihr immer? Was ist das schon wieder? Warum kommt da Clash of Clans? Warum ist da ein dicker Mann? Der ist so ultra dick. Oh warte. Giga. Oh mein Gott. Da fehlt glaube ich aber ein Wort. Da war jemand nicht schnell genug. Jaaa. Ich glaube das ist meins. Das soll Abtausch bedeuten. Abtausch. Das wird jetzt garantiert. Ich weiß nicht was geht. Austausch. Das wird jetzt richtig spannend. Mann alter ich. Top. Plauder Guy jetzt auch nicht. Hansi? Hansi gibt ja sehr. Alter. Na gut. Das ist tatsächlich die Wahrheit. Boah siehst du es gerade? Äh. Mit Delay. Das wird jetzt ziemlich genug für deine Gesundheit halt. Junge aber wenn du den ganzen Abend nichts anderes machen musst außer zu saufen. Dann schüttelt einer und jetzt BOOM. 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 Ganz normaler Samstagabend. Ich weiß nicht. Samstagabend. Samstagabend. Montagabend. Ach. Samstag Montag. Das ist alles das gleiche. Samstag, Sonntag, Schienzeit wird hoch. Ich krieg bald Magenschmerzen. Alter. Saufen morgens, Mittagsabend. Er muss saufen. Leute das kommt dann um 0 Uhr. Um 0 Uhr hole ich dann nämlich mein Bier aus. Also Kühlschmerzen. Oh. So. Nehmen sie etwa Alkoholische Getränke in einem Twitch-Tree zu sich? Ja. Nein. Nein. So lange ich nicht betrunken bin. Mann ist... ...Twitch-Eignal. Man ist... ...Twitch-Eignal. Exakt. Und ich schade mir glaub ich eher mehr mit der Koma. Apropos wie viele Punkte hab ich? Oh ich bin klug. Ähm. 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 Äh. ok es wird also wieder zeit einem eine 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 gruppe von menschen zu diskriminierung ich muss die umrisse bitte nein ich will heute die statistiken heute abend also ich kann es noch noch mal ein bisschen erweitern ich habe so 3000 kanal das sieht aus wie ein seepferdchen wie habe ich das geschafft das das mache ich dann bei bier ja gut ich habe nur ein bier da ist ja gut ich habe nur ein bier da ist das geht ein bisschen die jungen müsste man erst mal können dafür ich habe nicht zu wenig zeit für das mit herr übenthal aber sowas kann ich dann kann ich dann später der animation und lsd trip triggern wenn ich jetzt die ganze die hintergrundfarbe ender ich glaube also mach es lieber nicht oder wir machen den porygon effekt ich habe schon keine zeit mehr warum ist da so wenig zeit für das ist doch dumm ja wer ja aber du musst wissen du musst wissen pass auf cookie ich sitze hier seit 19 uhr straight hier oben und alle spammen seit dieser uhrzeit trinkt mal was ja selber schuld wenn du so was hast ja ich habe keine ahnung was das ist ich habe eigentlich eine beschränkung eingestellt warum die jetzt gerade nicht greift das ist er der blöde ok sei bereit ich bin glaube ich nicht bereit aber man macht trotzdem kanada wird von kanada eingenommen machen wir das zur schweiz deswegen wird zur schweiz schweiz gegen schweiz in einem lassen schweiz gegen schweiz in einem lassen schweiz gegen schweiz in einem lassen ja aus kanada wird schweiz wenn du in smash 1 sein fight gegen seinen character gemacht schweiz gegen schweiz schweiz die schweiz bringt sich selbst und kommt gott sei dank gott sei dank gott sei dank trocken das ist besser geworden als ich dachte aber ist sicher das richtige land aber 山onder jetzt würde ich das wird dys hoc ich bin bereit gescheit Pyramiden scheint ziemlich bereit zu sein. Ey, ich hab den Sponschro-Dreieckskopf so hart gefühlt. Ich war nicht, man. Ich hatte keine Zeit mehr. Ich wollte schon was anderes machen, aber ich dachte, so rum ist das viel lustiger. Geil, ey. Zeitmangel ist scheiße. Kann er da? Natürlich. Dann wird's ausgelutscht, dann wird's ausgelutscht. Danke. Und deswegen hab ich gestreikt. Lichtenstein freut sich. Gegenteile sind besser. Das... Ich hab den. Das ist keine Flagge und jetzt Klappe halten. Zweifel da jemand an der Existenz des besten Landes der Welt. Na, danke. Na, danke. Das ist keine Flagge und jetzt Klappe halten. Das ist Adanak. Das ist die offizielle Flagge von Adanak. Nächste Runde sind Flaggen. Mario 64 größer als Kanada. Größer als Weißenfels. Größer als Sunshine. Mario 64 ist besser als Kanada. Was? Ey, ich hab mir wieder mehr gegeben. Man merkt's. Ich hab vergessen, wie mir die Kanada vergeben. Schau doch nicht dran! Besser als Kanada. Schnell, das ist Iger. Iger. Minuspunkt. Was ist das? Mario will Kanada einnehmen. Aber was hat das jetzt mit der Vernichtung von der Schweiz auf sich? Es heißt SM64. Ja, mein Gott. Das heißt Adanak. Ahhhh. Kirbo tötet den Tod. Kirbo tötet den Tod. Das soll ja tot sein. Ohhhh. Alter, töte ich Amboss. Copy wirft Amboss aufs Krimgel. Nach dem Bildern bin ich raus. Ok, Kirbo. Ja, und Taschentuchgeist anscheinend. Copy wird vom Stream überwacht. Was? Ach, das ist echt ein bisschen aus der Kamera. Ohhhh. Beängstigend. Fucking beängstigend. Kirbo und der schwarze Shy Guy sind erstaunt. Schwarze Shy Guy. Ja, man kennt die. Ja. Schwarzes Yoshi versus dunkelblaues Yoshi. Alter, das hab ich bei Mindy angekommen. Alter. Warzip. Ohhhh. Ich wechs, was das wird. Ah, ich wechs so was. Das wird Gigamente. Junge, ich musste. Ich muss, ich hab Gigarkhi gegoogelt und dann kam so an übelst und fett These, der Klash of Clans spielt. Johnny nennt arky einen Spaß. Johnny beleidigt mich. Ich hab nur nicht mich wiedererkannt, es tut mir vielleicht leid, aber du vielleicht... Lasst Kanada in Ruhe. Lasst Kanada in Ruhe. Ähm, meine Antwort dazu ist... Achso, das ist dann... Sag nö zu Kanada. Sag nö zu Kanada. Ich hab'n... ich hab'n... komm, bitte! Jaaaaa! Ich kann ein bisschen mehr, dass das GIF speichert, ich brauch' das. Ich hab'n... ich hab'n...